Die lustigste Story war wirklich, dass jemand vor mir gelaufen ist in der Stadt und über Phil Laude geredet hat und zu seinem Kumpel meine Digger, der Junge hat ausgesorgt, der hat seinen Millionen, Alter. Und ich meinte so, jo Jungs, was geht's? Die drehen sich um und sind so richtig so, du hast gesehen. Ach, die haben ich gar nicht gesehen, oder? Nein, das war Zufall. War Zufall, dass sie vor mir über mein Milliardenvermögen... Also das ist doch voll geil für die gewesen sein, oder? Ja, ja, natürlich. Ja, und peinlich gleichzeitig. Ja, oh, 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 oh.